so leutchen willkommen zurück zu let's play oder spätig war da so gerne und wir sind da wo ich letztes mal abgekackt bin weil leider durch das dass mein gamepad keine ahnung wieso irgendwie gespunnen hat oder so weiß auch nicht und weil ich einfach irgendwie letztes mal kacke gemacht hab wir waren schon fast am ziel haben die letzten kisten gesucht und dann kommt diese kackigen shit daher muss man sagen ich mache so viele fehler die ich eigentlich nicht machen wollte brützel brützel boing boing zack zack so sorry leute muss immer husten habe ich irgendwas im hals gehabt wenn ich zu kratzen wenn ich das auch weg kann zu kratzen oder habe ich irgendwas falsches gegessen ich weiß auch nicht lauf 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 spring so zwei wilde viecher oder was sind das überhaupt für viecher pfui pfui besser zu mir sein nix guti guti zack bäm 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 jetzt kann man ja schon zum dritten mal innerhalb von kürzester zeichen hören jetzt machen wir weg spring und dann gehen wir wieder bergauf bär crew bär ob das irgendwie keine ahnung wie ci geht heißt auch niemals in einem lied bär dr manipulated skit hated moderne city gr chron das hat noch nicht funktioniert alle hopps hopps springide pingide naja wenigstens haben wir die maske der erkenntnis wieder oder die maske die orange ist ist die maske orange oder rot was ich finde es besser rot Okay jetzt haben wir wenigstens die kleinsten Level schon bald geschafft es ist gerade wieder mir hüpf 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 äh Klar das machen wir auch noch tot und dann gehen wir wieder nach hinten da wo wir keine Kiste empfinden okay weckt halt. also den ganzen übel entgehen wir jetzt springen ok springen hier kommt man weiter haben wir da nicht vorher durch können hallo ah jetzt geht es auf einmal entweder blockieren wir da gerade die Wunderfrüchte oder was anderes boing 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 genau boing boing genau wow das war jetzt aber ziemlich knapp bisschen knapp und das zack zack ok da kann man wieder zum edelstein ok aber diesmal machen wir keine kacke nicht jetzt würde das schaffen keine Kinderkacke bitte auf auf und davon ab drassen blitz zu verrückt hepp boing 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 ok jetzt kommen wir hier hin jetzt kommen wir hier hin mal mal ab 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 jetzt ab am Das war wieder runter. Tuck. Hep. Hep. Toots. Boing. 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 Tuck. 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 Boing. 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 Uh oh. Uh oh. Uh oh. Boing. 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 Root Bladen. Root Blut Crash. Shiii. Rauf und runter immer wieder. Hep. 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 Tuck. Boing. Boing. Tuck. Äh. Was ist jetzt los? Mann. So kann man ja heute nie weiter. Boa. Boa. So. Auch jetzt. Hallo Dario. Hallo Dario. Hallo Dario. Hey. Das finde ich nicht lustig. Aber überhaupt nicht lustig. Lustig. Tra la 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 la. Ball ist Nikolaus abend. Ball ist Nikolaus abend. Ball ist Nikolaus abend. Huff. Meine Wuppe Fruchte. Mein Ziel. Fucking bad perfect. Yay. Das ist aber jetzt. Wir gehen so. Hm. 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 Oh. Fünf Edelsteine fehlen uns noch. Noch fünf. Und ein ganzes Level. Was machen wir denn das nächste? Okay. Dann gehen wir nicht her. Rockwahl haben wir schon. Rolling Stone. Rolling Stone. Das ist unser nächstes Ziel. Der rollende Stein. Ah. Ah. Dun 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 dun. Jetzt wird's wenigstens wieder leichter. New Level her. Boomga. Boomga. Heps. Bang. Shit. Okay. Dann hab ich hier auch gewischt. Hui. Rekta. Aus der Ball. Der Crash kommt mit Schreckern. Zack. Checkpoint Charlie. Ah. Okay. Alles gut. Das ist schön. Hui. Jetzt gehen wir da in die Mitte. Und. Ich hoffe es ist alles weg. Bausch. Waaah. Weg da. Heps. Hep. Hep. Laufen. Hep. Huuu. Huuu. Ich will das alles mit 99 Leben abschließen. Rolling Stone. Hab ich gesagt das wird leichter. Aber es ist schwieriger. Naja. Schauen wir mal. Möbel in die Gleben haben wir wieder. Tack. DIN 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 DIN. So. Ich glaube wir müssen gleich einen Cut machen. Naja. Springen wir noch ein Stück. Das machen wir mal tot. Und. Checkpoint aktivieren wir noch. Dann springen wir hier noch drüber und vernichten diese Pflanzen. Ok. Da springen wir auch noch drüber. Ok Leute. Mach hier eine Cut und sehen uns in der nächsten Folge bei der Spree. Krashpinregulant. Föter. Bis dann. Ciao, ciao.